ARD Text im Auftrag von Funk Die Frage ist, wie kann man sich das als Otto-Normalbürger einfach alles merken? Das ist fast nicht möglich. Ja, gute Frage. Ja, danke schön. Ich habe mir dann ein bisschen was dazu überlegt. Ein paar Eselsbrücken. Ich als ausgebildeter Moderator mit Frank Elstner Diplom stellen natürlich immer wieder die Frage, für wen mache ich den Job eigentlich? Für unsere lieben Zuschauer natürlich. Absolut richtig. Ich muss die Inhalte an den Zuschauer vermitteln. Ich muss versuchen, die Brücke zu schlagen. Die Sprache des Volkes sprechen. Völlig richtig, wenn das nötig ist. Und nicht jeder beschäftigt sich wie wir jeden Tag mit Politik. Und da ist es natürlich wichtig, den Zuschauer auch da abzuholen, wo er steht. Ja. Ich muss noch kurz was vorbereiten, wenn du das einfach kurz vorlesen kannst. Dankeschön. Mach ich gerne. Ja, meine Damen und Herren, liebe politinteressierten Zuschauer des Neo Magazin. Hier kommt jetzt Dr. Florentin Will, unser Mann für die journalistischen Angelegenheiten. Summa Cum Laude Absolvent der Frank Elstner Moderationsschule mit einem Impulsreferat, einem selbstrecherchierten über das Who is Who der neuen Bundesregierung. Welcher Minister ist neu im Amt, wer ist wer? Dr. Florentin Will, bitteschön. Siegmar Gabriel, Vize, Vize, Vize. Siegmar Gabriel, Vize, Vize, Vize. Andrea Nahles, Arbeit und Soziales. Andrea Nahles, Arbeit und Soziales. Ursula von der Leyen zieht in die Kaserne ein. Ursula von der Leyen zieht in die Kaserne ein. Thomas de Maizière, kein Verteidigungsminister mehr. Thomas de Maizière, kein Verteidigungsminister mehr. Gebt mir ein H, gebt mir ein T, gebt mir ein T, gebt mir ein P, gebt mir ein Doppelpunkt, gebt mir ein Doppelslash, was heißt das? Alexander Dobrin Internet, Alexander Dobrin Internet. Wer kann nicht tanzen, Minister für Finanzen. Wer kann nicht tanzen, Minister für Finanzen. Danke. Minister! 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 Minister!